Ja, schönen guten Morgen zu Hause aus dem kleinen Ort Viso del Marquez. So, auf dem Weg nach Madrid. Kann man hier sehr gut übernachten. Wie ich finde, ein Stellplatz, der nur 6 Euro kostet. Er steht hier sicher, sauber, ordentlich, Kamera überwacht. Ihr könnt hier noch Strom haben, wenn ihr möchtet. Und natürlich voll aufmunitionieren. Wasser und Strom kosten aber nochmal extra. Ja, ausführlicher Bericht folgt. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.